Hermann Erhardt war ein deutscher Schauspieler. Leben Erhardt spielte seit den 20er Jahren an verschiedenen Provinzbühnen und in den 30er Jahren auch am Schliersee-Bauernteater. In dieser Zeit erhielt er durch Produzent Peter Ostermeyer seine ersten Filmrollen. Vorzugsweise in alpenländischer Umgebung verkörperte Erhardt als Nebendarsteller das typische gestandene Mannsbild. 1939 erhielt er ein Engagement am Theater in der Josefstadt in Wien, wo er vortab lebte. Bis 1954 gehörte er beim Theater in der Josefstadt zum Ensemble. Erhardt war seitdem vorwiegend in österreichischen Filmen zu sehen und mimte in zahlreichen Produktionen Nachbarn, Kollegen, Landwirte oder örtliche Respektspersonen wie den Bürgermeister in der Förster vom Silberwald. Sowohl in der amerikanischen Film Grotesque The Magic Face als auch in dem Kriegsfilm Der letzte Akt trat er als Reichsmarschall Hermann Göring auf. In dem Heimatfilm Das heilige Erbe zugleich Erhardt schletzter Film war er das einzige Mal Hauptdarsteller und spielte einen Jäger, der sich gegen Verleumdungen zur Wehr setzen muss. Filmografie Der Wiener absurd Wiener Wier Wiener